Heute geht es um das Social Media Cash System von Christian Ducholsky. Er zeigt dir, wie er die sozialen Netzwerke wie Instagram, Facebook und so weiter nutzt, um dadurch mindestens 1500 Euro im Monat durch diese sozialen Medien zu verdienen und wie du sein System 1 zu 1 kopieren kannst. Wir schauen uns in diesem Video den Kurs an. Ich zeige dir, was dich darin erwartet. Du kannst dir den Kurs für einen Euro über den Link unterhalb des Videos sichern. Das ist direkt der erste Link in der Videobeschreibung, bonuskiste.com.smcs für das Social Media Cash System und bekommst zusätzlich von mir meine 1 zu 1 Affiliate Strategie dazu im Wert von 699 Euro, wo ich dir zeige, wie ich es gemacht habe mit komplett kostenfreien Strategien. Beispielsweise, indem ich organische Reichweite über Facebook aufbaue, ein physisches Affiliate Produkt, in dem Fall war es ein Buch, zu verkaufen, das mir innerhalb von ungefähr 3 Monaten Einnahmen von 4755,49 Euro gebracht hat und somit Provisionen von 1905,20 Euro. Also 40% war da die Affiliate Provision und das Ganze läuft natürlich weiter. Das heißt, ich verfolge da Strategien, die keine Werbekosten verursachen, sondern nur einmal Zeitinvest kosten und dann organisch gefunden werden. Ich zeige dir in der 1 zu 1 Affiliate Strategie Schritt für Schritt, wie ich dieses Projekt aufgebaut habe und wie du das mit anderen Affiliate Produkten machen kannst. Ganz egal, ob das jetzt irgendwelche Digistore Produkte sind, ob das Produkte aus dem englischsprachigen Raum sind, von Clickbank und so weiter, ob das physische Produkte sind wie Bücher oder ganz was anderes, ist im Grunde egal. In der 1 zu 1 Affiliate Strategie zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Sichere dir dazu einfach das Social Media Cash System von Christian Tucholsky. Die erste Zahlung ist da nur 1 Euro, hast aber direkt Zugriff auf den kompletten Kursinhalt. Direkt der erste Link in der Videobeschreibung bonuskiste.com.smcs. Wir schauen direkt mal rein. So und hier befinden wir uns auch schon im Mitgliederbereich. Erstmal muss ich Christian dafür danken, dass ich schon einiges mittlerweile von ihm lernen durfte. Wenn es um den Bereich geht, mit den sozialen Medien Affiliate Provisionen zu verdienen, habe ich durch seine Kurse bisher, muss ich sagen, das meiste gelernt. Also er hat das Ganze perfektioniert. Er nutzt Instagram dafür, er nutzt Facebook dafür. Er nutzt meist kostenlose Strategien. Also auch solche Strategien, wie ich in der 1 zu 1 Affiliate Strategie zeige, die du kostenlos dazu bekommst, wenn du dir das Social Media Cash System über den Link unterhalb des Videos sicherst und mit diesen kostenlosen Strategien baut er sich dauerhafte Besucher auf, baut er sich dauerhaften Traffic auf und verkauft dadurch Affiliate Produkte. Im Willkommensvideo geht es los. Da wirst du zum Kauf des Kurses beglückwünscht. Dann geht es direkt weiter mit dem Mindset Modul, Mindset Glaubenssätze. Was für Zugänge brauchst du, wie du ein Gewerbe anmeldest. Wenn du die Strategien so umsetzt, wie sie Christian hier erklärt, wirst du damit Geld verdienen. Wenn du damit Geld verdienst, musst du dir zumindest nach spätestens drei Wochen ein Gewerbe anmelden, um deine Einnahmen anzugeben. Wie du das Ganze machst, auch da halte ich nicht allzu lange damit auf. Setz dich da einen Tag dazu. Mach das, damit du da deine Einnahmen auch legal beziehen kannst. Dann geht es weiter mit dem dritten Modul, warum digitale Produkte unglaublich lukrativ sind. Und da geht es eben genau um dieses Thema, physische versus digitale Produkte. Ich habe jetzt beispielsweise in der 1 zu 1 Affiliate Strategie ein physisches Buch beworben, weil das eine vergleichsweise hohe Provision hatte, 40%. Das ist für ein physisches Produkt überhaupt nicht normal. Zeige ich dir dann auch in der 1 zu 1 Affiliate Strategie, welches Buch das war. Gerne kannst du da auch meine Strategie nachmodellieren. Bei digitalen Produkten ist es allerdings so, dass das absolut normal ist, mindestens 40% Affiliate Provision für einen Produktverkauf zu bekommen. Meist sind es 50%, die du bekommst. Das heißt, der Wender bekommt 50% und du bekommst 50%. Dann geht es weiter. Wie verkaufst du das Ganze? Welche Möglichkeiten gibt es als Affiliate zu verkaufen? Da sagt Christian ganz klar, mach es dir als Affiliate einfach und effizient. Kann ich ihm absolut zustimmen. Und zwar geht er hier eben darauf ein, was für Möglichkeiten gibt es als Affiliate zu verkaufen. Es gibt manche, die schalten Ads, die geben extrem viel Geld aus und probieren da Affiliate Produkte zu verkaufen. Was hat es mit warmen Traffic und kalten Traffic auf sich? Wie schaffst du es warmen Traffic? Also Leute, die bereits eine Kaufintention haben, die sich bereits für diesen Bereich interessieren, anzuziehen. Und am besten auch ohne dauerhafte Werbekosten zu haben. Das verrät er dir eben hier. Und worauf er sich spezialisiert hat, sind beispielsweise seine Instagram-Strategien. Das heißt, er zeigt dir hier verschiedene Instagram-Methoden, wie du es schaffst mit einem der schnellst wachsenden sozialen Netzwerke im Vergleich zu Facebook. Bei Facebook gehen die Nutzerzahlen stetig runter, bei Instagram gehen sie extrem hoch. Das heißt, du kannst Instagram dafür nutzen, eine kostenlose Traffic-Quelle aufzubauen mit dem Ziel, Affiliate-Produkte zu verkaufen. Das zeigt er dir hier in den verschiedenen Instagram-Methoden. Ich baue beispielsweise auch einige Instagram-Seiten auf, mit dem Ziel, innerhalb einer bestimmten Nische eine Reichweite zu generieren, um Affiliate-Produkte zu verkaufen. Das mache ich im englischsprachigen Raum und das mache ich im deutschsprachigen Raum. Ich kann dir da gerne mal zeigen, was ich jetzt mit einem neu gestarteten englischen Projekt, das habe ich vor zwei Monaten gestartet, mittlerweile umgesetzt habe. Instagram-Account kann ich dir natürlich nicht zeigen, kann dir aber so viel verraten, der Account hat bisher noch keine 200 Follower. Und das hier, was du hier siehst, das sind die Einnahmen damit. Das sind jetzt die wöchentlichen Einnahmen. Ist ein komplett neuer Instagram-Account, bei dem ich in dem Sinn bei Clickbank, das englische Porto zu Digistore24, hergegangen bin, mir einen Hundetrainings-Kurs, einen Dog-Training-Kurs herausgesucht habe, dann einen Instagram-Kanal auf englisch in dieser Nische aufgebaut habe, über die Bio, meinen Affiliate-Link verlinke und dadurch Sales zustande kommen. Aktuell nicht jede Woche, aktuell nicht jeden Tag, aber du siehst hier bereits, es kommt hier dauerhaft was rein. Und umso mehr ich den Instagram-Kanal aufbaue, umso mehr Sales werden dann noch reinkommen, umso mehr kostenlosen Traffic baue ich mir auf. Und diese Ergebnisse, wie gesagt, sind nach zwei Monaten, ohne dass ich einen Cent an Werbeausgaben ausgegeben habe. Dann geht es direkt weiter mit einer richtig geilen Lektion, und zwar Influencer-Nutzen zum Affiliaten. Du kannst große Instagram-Kanäle, da würde ich dir wieder empfehlen, in bestimmten Nischen, anschreiben. Kannst denen sagen, beispielsweise, die haben jetzt auch so eine Hundeseite, dass die einen Post oder eine Story für dich machen. Und auf deinen Affiliate-Link verlinken. So, dann sagst du denen, okay, ich zahle dir 30 Euro, dafür machst du mit deinen 30.000 Story-Views eine Story mit Swipe Up. Und verdienst an einem Hundetrainingskurs, der 80 Euro kostet, beispielsweise 40 Euro. Das heißt, bereits nach einem Sale hättest du 10 Euro verdient, weil dich 30 Euro die Story-Ad kostet und du 40 Euro Affiliate-Provision bekommst. Wenn aber da mehr Sales zustande kommen, hast du dann dementsprechend um einiges mehr verdient, kannst du dir ausrechnen. Und das kannst du im Grunde sofort nutzen, ohne jegliche Reichweite. Du zahlst einfach Leute mit Reichweite dafür, dass sie einen bestimmten Post machen und beispielsweise auf den Affiliate-Link verlinken. Und das kannst du halt für dich nutzen. Extrem geile Lektion, also schau dir das auf jeden Fall an, auch eins der wertvollsten Videos hier im Kurs, wenn man das eben direkt nutzen kann. Selbst wenn man jetzt überhaupt gar keinen Instagram-Kanal hat, die nur anschreibt und keine Reichweite hat. Dann Links kürzen mit Bitly, mit Linktree auf dem Instagram-Profil mehrere Links bereitstellen und so weiter. Kostenloses Werben und Affiliaten mit YouTube-Videos, also auch mit YouTube ist das Ganze möglich, dass du kostenlosen Traffic dauerhaft auf Affiliate-Produkte aufbaust. Wie das Ganze geht, das zeigte Christian hier. Zusätzliche Instagram-Hacks und hier weiterhin Traffic-Wellen, die kosten, warum du sie auch nutzen solltest. Grundsätzlich musst du sowieso investieren, entweder du investierst Zeit oder du investierst Geld. Wenn du die Zeit hast, kannst du die investieren. Wenn du Geld hast, dann baust du natürlich schneller Traffic auf. Wie macht das Christian? Wo investiert er? Mit dem Ziel natürlich mehr daraus wieder herauszuholen. Eins-zu-eins-System, das heißt das Eins-zu-eins-System, was du kopieren kannst und solltest. Wie schaffst du es, dass du bei Facebook Anzeigen schaltest, mit dem Ziel Affiliate-Produkte zu verkaufen und mehr einzunehmen, als du schlussendlich für diese Facebook Ads ausgibst. Auch hier keine ausufernden Strategien, sondern einfach eins-zu-eins das, was Christian macht, in Videoform verpackt. Da zeigt er dir einfach ganz genau, wie er so eine Kampagne aufbaut. Dann geht es direkt weiter. Wo findest du Affiliate-Produkte, die lukrativ sind? Wie gesagt, ich nutze dafür hauptsächlich Digistar24 und mittlerweile, weil es bei Instagram einfach richtig gut funktioniert, auch Clickbank-Produkte sind im Grunde englische Produkte. Sowas wie Digistar24 nur im englischsprachigen Raum und Affiliate-Con zeigt er dir hier auch nochmal. Dann, wie skalierst du hoch? Wie kann dein Business extrem wachsen? Und dann geht es hier noch in einem weiteren Bonus-Modul um das Gedankengut, um deine Denkstruktur, um die Grundlage für jeden Erfolg, wie du die richtige Zielsetzung machst, um dann auch deine Projekte erfolgreich aufzubauen. Das zum Social Media Cash System. Wie gesagt, hier ist alles drinnen, was du wissen musst, um mit den sozialen Medien, um als Affiliate erfolgreich Geld zu verdienen. Mit Hauptfokus auf die kostenlosen Strategien und zusätzlich zeigt er dir auch noch, wie du es schaffst, mit Facebook-Werbeanzeigen profitabel Affiliate-Produkte zu verkaufen. Du kannst mit dem Social Media Cash System jetzt um einen Euro starten. Ich habe dir das Ganze unter dem Video verlinkt. Bonuskiste.com slash smcs für Social Media Cash System. Und ich gebe dir meine 1 zu 1 Affiliate Strategie dazu, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie ich es mache, wenn ich ein Projekt aufbaue, das vollkommen ohne jegliche bezahlte Werbung auskommt. In dem Fall habe ich ein physisches Buch vermarktet und habe damit innerhalb von 2-3 Monaten Einnahmen von 4.055,49 Euro erzielt. Dabei habe ich aber nur ein bis zwei Tage investiert und der Rest ist eben dann organisch durch Suchanfragen und so weiter entstanden. Wie ich das Schritt für Schritt mache, das zeige ich dir in der 1 zu 1 Affiliate Strategie. Ich zeige dir, welches Produkt habe ich verwendet. Wie habe ich da die Facebook-Seite aufgebaut? Wie habe ich auf Facebook eine organische Reichweite bekommen? Und wie kannst du das für alle möglichen Produkte kopieren? Egal ob digital, physisch oder ganz egal. Kostet normalerweise 699 Euro. Schenke ich dir in der Bonuskiste dazu. Sichere dir dazu einfach das Social Media Cash System von Christian Tucholsky über den Link unterhalb des Videos. Und schicke mir danach eine E-Mail an bonus-at-bonus-kiste.com. Und dann schalte ich dir die 1 zu 1 Affiliate Strategie zusätzlich frei. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit dem System von Christian. Wenn du Fragen hast, schreib mir die gerne in die Kommentare. Ich freue mich da mit dir auszutauschen. Ciao.